Willkommen an Einzelsberg, wobei mein Arbeitskollege Einzel hat mir die natürlich empfohlen. Wir sind jetzt in der Blauenstraße, vorbei am Juraweg, in die Johann-Peter-Hiedelstraße. Wir steigen jetzt da auf. Wieso bin ich wirklich mehr als einer gefahren? Jetzt ziehe ich jetzt rauf, über die Spitzkeere und über die Brücke. Im Wind Nicht so richtig, aber ich habe jetzt gewünscht geschrieben, wie ich sie fahre. Jeder kann ja machen, wie er will. Die Kirche ist auf der Schlag. Der Schlag ist auf der Schlag. Das ist die Schreie. Die Kirche ist auf dem Weg. Die Kirche ist auf der Schlag. Ich habe hier ein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Da hinten nicht. Ich bin mal an der Weite mit dem Futter von den anderen Bauern hinten vorbei. Entschuldigung, wenn ihr jetzt Tick-Tack seht, aber hier könnte es der Gefäßigabschnitt sein. Das war der Gefäßigabschnitt. Aber jetzt geht es weiter mit in das Bänd. Die Gefäße hier war schon immer attraktiert. Die Gefäßung ist ein bisschen besser. Die Gefäßung ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Ja, und das war die gefährliche Strecke. Schlagfläche überall an, um sich genau überlegen, wo man fährt. Ab jetzt ist es ein bisschen sicherer, wo man fährt. Ja, auf der Garten nun. Und jetzt rechts und hoch hinaus. Ja, auf der Garten. Ja, auf der Garten. Ja, auf der Garten! Nach der Erdauerstrafe über die Brücke und der Verkippenweg vollbrüchenbauer. Die Brücke und der Erdauerstrafe über die Erdauerstrafe über die Erdauerstrafe. Jetzt müssen wir die Maschine rein. Hier gibt es etwas Blöcke ab. Es gibt tausend Strecken. Jetzt fliegen wir wieder da ab. Das記得 an den Erdauerstrafe über die Erdauerstrafe über die Erdauerstrafe. Im Alltag ist das, was wir bei dem StandortOL Lembisch geht, wo wir nicht bemerkt haben, dass wir uns der ersten Tag mal sehen. Um, hier stehen hier ein, wo wir heute ganz unten drücken gehen. Vielen Dank.